können. Unbedingt. Und wenn das Ziel ist, Unternehmertum zu fördern, dann lass mich gleich das Nächste sagen. Ich bin ein großer Freund von Unternehmertum. Ich glaube auch, dass das Modell Angestelltsein, das ja so alt noch nicht ist, das gibt es ja erst seit 200 Jahren in der Art und Weise, wie wir das gerade machen. Und ich glaube, dass wir viel mehr Mut haben müssen, weil Unternehmertum eine sehr einfache Sache ist. Ich finde Unternehmertum großartig und ich kann jeden nur anflehen und bitten, unbedingt diesen Weg zu gehen und vor allen Dingen schnell zu gehen. Ich hasse diese Zögerer und Zauderer, die sagen, ich mache mich selbstständig und dann brauchen die 17,5 Jahre, bis sie da rumbrüten und rumgrübeln und ich weiß nicht, was alles...